Ich bin mit einem kleinen Team hier von unserem Fahrradwerk und wir wollen ein bisschen unseren Horizont erweitern, was es alles noch so für Schraubtechnik gibt. Die Schraubtec zeigt uns die Möglichkeit, auf regionaler Ebene uns zu präsentieren. Die Kombination zwischen Messe und Kongress gibt uns, die Plattform, besonders als Schraubtechnik spitz in Themen, etwas zu zeigen und gleichzeitig auch Neuheiten zu präsentieren, die wir dann direkt vor Ort diskutieren können mit dem richtigen Fachpublikum. Wer es mal erlebt hat, wird spüren, dass es einfach passt. Es ist nicht überlaufen, es ist genau die richtige Menge, man kann sich um die Leute kümmern. Tolle Sache, gut organisiert, sauber. Eine sehr große Bandbreite an Ausstellern und mit dem Hintergrund, dass ich auch noch Fachvorträge hören kann. Da habe ich gesagt, das ist es, hier muss ich her. Die Schraubtec ist für uns sehr interessant, weil wir hier eine Messe haben, die nur für Schraubverbindungen und Schraubtechnik da ist, das heißt, konzentriert auf das Thema Schraubtechnik eingeht. Einerseits ist für uns das regionale Konzept entscheidend. Wir können Kunden gezielt aus der Umgebung ansprechen, einladen. Die Resonanz ist gut und der Hauptaspekt allerdings ist die hohe Techniktiefe. Im Gegensatz zu vielen anderen Veranstaltungen ist hier fast jedes Gespräch sehr, sehr tief, was die Technik angeht, sehr konkret und wir haben relativ wenig Kontakte, die aus einem reinen Kennenlernen bestehen. Die, die fehlen, die sind selber schuld. Also die sollten ganz schleunig schauen, dass sie hier auch mal herkommen, weil das ist eine ganz wichtige Veranstaltung für alle, weil nur wer hier teilnimmt, kriegt die Kontakte in die Wirtschaft und wird in Zukunft auch erfolgreich sein im Geschäftsleben.